Hallo und Willkommen zurück. Wir spielen zu Hause gegen die Eintracht. Zuhause ist relativ... Vielleicht werden wir überrascht. Asiaten im Bild. Was hat das zu bedeuten? Und da sind wir wieder zurück in Estadio del Nuevo Triunfo. Ob es da für diese Stadion Jahreskarten gibt? Man weiß es nicht. Es ist übrigens ein geheimes Stadion. Das liegt nämlich im Ruhrpott zwischen Nepal und Argentinien. Richtig. Also die tatschikische Unterlandesgrenze. Kann man schon mal hinfahren. Muss man aber nicht. Wir spielen in Weiß. Und warum? Weil wir das gut können. Und zwar im Regen... Regen ist super, aber dann sieht man natürlich die ganzen Grasflecken auf unseren schönen weißen Hemdchen. Macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ja, du musst halt überlegen, dass wir damals auch schon noch gespielt haben. Aktiv. Unsere Profikarrieren. Mussten wir ja auch noch unsere Trikots alle am Schluss abwechselnd den ganzen Kasten nach Hause nehmen und waschen. Richtig. Heutzutage werden die einfach verschenkt. Genau. Da verschenkt man die gebrauchten Trikots. Wenn man sie nicht verschenkt, verkauft man sie bei Ebay für, keine Ahnung, 1000 Euro. Nur weil sie einen Fleck drauf haben. Ja, wir mussten immer noch die Berge an stinkenden Leibchen, Trikots stutzen, Hosen, Gras, Büscheln, Hautfetzen, all das, was man vom gegnerischen Team mitgenommen hat, waschen und klinisch reinigen lassen. Alles erstmal desinfizieren. Richtig. Tja, da ist das erste Gegentor. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die Eintracht so stark ist. Nee, wir spielen recht gut zusammen, aber wir konzentrieren uns wieder nicht so wirklich, muss ich sagen. Nicht wirklich. Allerdings muss ich auch hier sagen, sah der Torwart sehr unglücklich aus. Ah, Boden ist nass. Naja. Einmal noch so eine Aktion und dann nicht. War es dann der letzte. Richtig. Ist ja nicht so, als gäbe es nur diesen einen Torwart. Gut. Dann müsste ich mal sagen, in äh, äh, ja, in alter Frische. Ab aufs gegnerische Tor. Aber gut, ja, schön. Ja, aber nicht im Regen. Aber zu weit, ja, ja, genau. Der Ball wird natürlich beim Regen extrem beschleunigt, wenn er auf dem Boden entlang rollt. Da wird er zu einem gefährlichen Geschoss. Das dann auch mal wirklich... Geschoss, bitte. Geschoss. Wenn dann. Unterbrich nicht meinen Redefluss. Oh nein! Da war der böse Fuß der Gerechtschaffenheit. Das sind die Aktionen, von denen wir in den, glaub ich, ersten und zweiten Spielen berichtet haben. Indem er immer wieder mal... Wer macht denn sowas? Wunderschön! Vorbei? Schlecht? Denn da hätte er das Foul auch nicht greifen müssen. Nein, hätte er nicht. War auch ja keins. Da steht auch übrigens, glaub ich, niemand frei. Ich müsste mal irgendwie nach oben jemanden hinstellen, wenn ich mal am Ball bin. Ah, der Ball erkämpft. Du gehst. Das ist sehr schön. Ich stehe. Ich stehe. Oh nein! Den konnte ich nicht mehr retten. So, wir müssen uns wieder ein bisschen mehr als vorher. So. Ich komme drauf mit Jim Tackle. Jawohl. Das war... Wenn der jetzt gepfiffen hätte, dann hätte ich echt... Hätte ich sein Auto... Warst du mit deinem Fall? Ich stehe. Ich laufe. Ich laufe. Nein. Das war absatz. Nein, ich brauche nicht. Ach. Knapp. Nein. Da war ein bisschen zu spät hier. Da steht nämlich KKO. Ach, das ist ja unten wie schneller geworden. Nein. Ja, noch zwei Minuten, dann ist Halbzeitpause. Bislang dominiert die Eintracht ein wenig. Das gefällt mir gar nicht. Eigentlich muss ich auch sagen, glänze ich jetzt auch nicht gerade mit irgendwelchen großartigen Aktionen. Ja, dann Ball wegschießen, das ist Klassiker. Ja, und da im Regen mit hängenden Köpfen in die Kabine. Zurecht. Aber jetzt sind sie wieder gut drauf, sie kriegen wieder ins Kabinenhalbzeit Scotch. Kabinenhalbzeit Scotch. Jetzt pass auf, wie sie gleich loslegen. Bankend, aber glücklich in den Gegner hineingrätschen. Richtig. Ich habe das gesehen übrigens. Was gesehen? Die Gräte. Die Gräte. Die Gräte. Da stehen aber auch viele hinten. Da. Ne? Die ganze Abwehr voller Menschen. Sollte man mal was dagegen machen. Oh, nett. Hast du gesehen, wie ihm der nasse Ball aus der Hand gerutscht ist? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, na, das war ein bisschen zu knapp. Zu kurz, sagt man. Sag ich. Ach. Ach. Nicht schnell laufen. Ich spiele mal zurück. Warum? Damit du von hinten draufhauen kannst. Ja genau, da kann man schon zum Torhaut gehen. Ja wunderbar. Oh, oh, oh. Ach. Ach, das war Abseits. Verdammt. Ja. Ja gut. Ja. Kann man pfeifen. Ansonsten wäre es schön gewesen. Der war brillant ansonsten. So eine Torchance wünschte ich mir mal zu Weihnachten. Aber wie soll man sie mir schenken? Scheiße. Ach man, also diese Kasse, die ich jetzt schlage, die sind doch echt qualitativ eher minderwertig. Das wäre schon fast das 2-0 gewesen. Ach, glücklich für uns jetzt. Wenn das so weitergeht, dann wird das hier nichts. Sechzigste Minute. Sechzigste Minute. Sechzigste Minute. Sechzigste Minute. Ich brauche es hin. Ich gehe Linie hin. Ah, schon wieder den Ball verloren. Das gibt es doch nichts. Aber eigentlich für uns. Ich hoffe es mal. So. Ne, da war niemand. Zurück. Okay. Perfekt für eine Flanke. Und die kommt. Und. Schade, schade. Hätte schießen müssen. Stand gut. Stand gut. Stand gut. Aber so möchte ich das. Also so ist die richtige Motivation da. Da können wir mit arbeiten. Ja, gut. Gut verteidigt. So. Mal schauen. Da müssen wir da mal ein bisschen was draus machen können. Ne, nicht mehr allzu viel Zeit. Ne, dann muss jetzt gleich was kommen. Sonst. Wird das die erste Niederlage? Die erste Niederlage. Die anderen waren unentschieden. Kann ich da spielen. Ja, schade. Schade. War nett. Wer verdient gewesen. War nett. Ein guter Schuss. So. Und jetzt letzte Aktion. Äh, Aktion. Da müssen wir den Ball nochmal holen. Ja, sehr gut. Kann man mal schießen. Mit links. Gut. Das war's. Ja. Warte. Vielleicht haben wir noch. Zwei Minuten. Haben wir noch zwei Minuten. Dann kommt man noch einen letzten Angriff. Ah, aber zwei ist. Da. Oh, da kommt der Tor drauf. Ne, ne, ne. Ah, der behält den Ball nachher. Nicht verlaufen. Außer es kommt kurz. Nein. Das war's. Dann wird's jetzt aus sein. Alles klar. Gut, ja. Die erste Niederlage. Ja, gut. Mein Gott. Kötte zu. Man kann nicht alles gewinnen. Dann war auch... Gratulation an die Frankfurt-Fans an dieser Stelle. Wenn's überhaupt Frankfurt-Fans gibt. Das war verletzt. Worte sind wie Projektile. Worte sind wie Projektile. Worte sind wie Projektile. Worte sind wie Projektile. Ja, schade. Tja, da sind wir auf Platz 6 runtergerutscht. Von Platz 4 auf Platz 6? Von Platz 5 auf Platz 6. Ja, wir sind immer weiter runter. Jetzt drei waren wir mal zwischendrin. Bayern. Oh, sie haben ein Unentschieden mittlerweile. Ja, Bayern trotzdem fünf Punkte in Führung. Gut, kann man rankommen. Platz 2 ist machbar. Ja, die haben alle einen Punkt mehr. Sind wir alle gleich. Torbilanz. Ganz okay. Toren könnte man mehr schließen. Vielleicht im nächsten Spiel. Oh, was passiert jetzt? Ein Mann. Der lupft den Ball über... Er ist ein Asiate. Der lupft den Ball über... Der DFB-Pokal. Der DFB-Pokal. Ah, wunderbar. Sehr gut. Wir dürfen teilnehmen. Anscheinend. Sehr gut. Oder nein, dürfen wir nicht. Gegen wen spielen wir? Nein, der DFB-Pokal schien zu starten, aber wir dürfen wohl nicht teilnehmen. Ne, nicht qualifiziert. Ist auch die erste Saison, konnten wir uns gar nicht qualifizieren. FC Kassel-Lotan. Gut. Nächster Spiel. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.